Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Jan, sag's mal ganz kurz, welches Let's Play das ist. Das ist Let's Play Saints Row the Third. Wir beide spielen, wir beide haben das Spiel. Wir spielen Koop. Koop-Modus, genau. Also ich würde sagen, wir starten einfach mal direkt rein. Koop-Kampagne. Wir wissen nicht, was auf uns zukommt. Wir spielen Blinds sozusagen und haben auch keinen Plan, wie das mit der Koop-Kampagne aussieht. So, was muss ich so machen? LAN oder Online? Mit einem Freund spielen. Suche, keine Spiele gefunden. Nein, nicht Lernspiel, sondern ich guck ganz was bei Koop. Spielauswahl, nur Freunde, oder schon. Friendly Fire ist an. Ja, Friendly Fire ist an. Soll ich mal mit einem Freund spielen? Ich suche hier. Kannst du mir joinen? Warte, LED Charakter, Kleidung und Fahrzeuge aus anderem Spiel laden. Mit einem Freund spielen, sagst du? Nein, neuer Stelle. Ich muss ja jetzt neuer Charakter stellen. Ja, ich auch. Warte, 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 warte. Ich gehe jetzt mal auf Freund einladen. Ich bin doch schon drin. Ja, also möchtest du sie annehmen, ja, okay. Okay, sein Q tritt im Spiel bei. Ich kann dich rauswerfen. Ich weiß. Okay, dann noch... Okay, erst beigetreten. Koop-Spiel starten. Oder mal kurz, guck mal, Koop-Optionen. Friendly Fire, okay. Okay, dann koop-Spiel starten. Von mir kommt noch dieser Leibnizung. Bei mir gerade auch. So, was ich bin da. Nee, das ist die Musik weg. Jetzt, hier. Das ist Steelport. Ah, fiktet mir jetzt auch an. Ja. um die Geschichte der Menschheit seit und den Klicht zeigt sich große Führer aus ihrem Bescheiden Anfänger oft erstiegen um sag was du du shit und genauso war es auch mit der 3rd Street Saint seit der oberen Stillwaters hat sich die kleine Straßenwander zu einem Medien Imperium umgewirrt ein Saints Row Film ist derzeit in Planung Johnny Cat und Shondi, keine Ahnung, so viel schnell kann ich hier lesen Scheiß auf Peers inzwischen bewegen sich die Saints auf einer großen Bühne um jede kriminelle Organisation sowie ihre Krone es war so wird meine Frage zeigt bis sich in einer Verlieben die selbst vorliegt würde die Vollstausgabe ich glaube das ist beabsichtigt Lulaus da ist es nirgendsen ey warum schlagen die denn zusammen die Rassisten ich weiß nicht wovon in die Fresse Saints Flow oh er tränts das ist krank das das oh neiner Fresse das könnte lustig werden das wird lustig das wird lustig geil wo kommt jetzt der Ball her das ist bestimmt ne Werbung ja den Kalifornien verboten Stillwaters das ist Ich weiß nicht, dass er nicht so gut ist. Das ist gut. Oh, scheiße. Worte das ist ein Verband angestellten die Hörer Stuttgart der Einzelkopf der Schicksalte anfangs schon angespielt und verkauft es mir auch die im Netz was ein Zufall und ich hab dreißig Fremd ist ganz flüssig das ist so schön Kultete mit dem Mg der Wettbewerb welche bist du ich bin der hier vorne steht da hat der Gröname steht Ui, spring mal! Unendlich Fuß, Junge. Ja, ich weiß, am Anfang noch. Ah, ich weiß nicht, das kleinkotische Muster ist Geld. Also, genau, ich weiß nicht, das muss man sagen, die Rechte Mauser ist Geld, ich weiß nicht, das ist Geld. Well, ich weiß nicht, dass ich nicht mag, das ist Geld zu meistern. Da ist mein Wetter, dann kommt das Geld ein, da ist mein Wetter. ausrauben auch nicht hier bin ich gar nicht gesehen ey drück mal F jetzt bin ich in der Zwischensequenz nach oben das gefällt nicht müssen mit dem zu tun haben er hat auch schon ich habe auch zu führen mit Freude kannst du dich scheiß so da oben das ist der Raketenwerfer sie die Sprung ja ich zerstört die Typen dort die Frauen ich schießt auf Frauen so 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 jetzt kommt der Typ macht das ein Scheißfehler so Gott so ein dummer Typ oh meine Fresse so so der Junge ist so dumm einfach nur alter meine Fresse so 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 wieder daher nein die ich mag die Sprung ja die Geld mit so aus ich gehe nicht genug aus Ich werde das nicht mehr nehmen. Das ist wohl. Das ist gut. Ja, das ist gut. um hat der Treffer der Schöpfung das Stadte steht auch dort auf die Säge ja damit ist ja ja stell dir vor also schießen e was ist Gott er hat mich ich schießt da er hätte er er kann zu verschießen ja er fragte ich hänge an zum scheiß Teil ja auch da ist auch wo auch gar nicht schießen Fakt und schießen ja nein gerade wenig und schießt doch wir sind mit dem Kopf da müssen ableiten nein gut gut schiedt passend auf die jetzt Oh nein nein hier ja, bitte hier bitte hier Oh f**k Das ist nicht gut Auf Ja, das kannst du laut sagen Geschafft! Respekt 1 Warten auf vier mal auf Lade, 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 lade Lade, 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 lade Laura dem, schon freigeschaltet, der tote Präsidenten Also bei mir steht gerade Ladevorgang. Ja, bei mir auch. Hinweis Ladevorgang. Ja. Und so zwei Pfeile.